Die Hecke schützt mich lange genug für ihren Blick, damit ich dieses tun kann. Für die Ehre von Greyskull! Shira, Shira! Ich bin Shira! Ich muss schnell handeln. Am besten wähle ich den direkten Weg. Shira, verdammt! Ich werde dich auf Eis legen! Du zielst schlecht wie immer, Hordak. Willst du es nicht lieber nochmal versuchen? Du verlangst nach meiner Magie, Shadow Weaver? Ich gebe dir gern eine Kostprobe. Beeil dich, Froster! Es dauert nur noch einen kleinen Moment. Geschafft! Der See ist jetzt zugefroren. Beschützer unseres Königreiches, Mondstein von Brightmoon, kehre zu uns zurück! Jetzt! Hype Moon ist gerettet! Aber... aber... wer bist du? Ich bin Castapella, die wahre Königin von Mr. Corp. Und nun, da ich zurückgekehrt bin, lasst mein Königreich wieder so sein, wie es früher einmal war? Ich bin Castapella! Helft mir, meine Freunde! Ich kann nichts mehr sehen! Hör mal, Shira hat uns niemals im Stich gelassen, aber... Psst! Ich sehe... ich sehe etwas auf uns zukommen! Passt alle auf! Es ist Claudine! Dort, seht ihr! Da kommen sie! Haltet eure Netze bereit! Werft sie aus! Heute werden die Fischer von Brightmoon einen guten Fang machen. Das haben sie dir zu verdanken, Mr. Vor langer Zeit hat mein Volk mit den Fischern von Itheria eine Abmachung getroffen. Solange sie dem Meer und seinen Bewohnern keinen Schaden zufügen, werden wir ihnen helfen, so viele Fische zu fangen, wie sie brauchen. Und was ist mit den Fischern, die für die Hordes arbeiten? Wir lassen sie in Frieden, Edora! Das nenne ich mit Blumen umgehen können! Perfumer, hier drüben! Dora und Bo, wie schön euch beide wiederzusehen! Ja Mist, da war so nett mir zu erlauben, die Kristallfälle noch mehr mit Blumen zu schmücken. Fang sie, Netossa! Mach ich, Shira! Diese Steuereintreiberin wird die Dorfbewohner vorerst nicht mehr in Angst und Schrecken versetzen. Ihr widerlichen Rebellen, ich werde mich rächen! Das hast du schon oft gesagt. Schaff sie weg, Netossa! Mit Vergnügen! So, ihr habt mich angelogen! Na warte! Jetzt zeig ich euch, was ich mit meinem Wirbeltanz noch alles kann! Mein Panzer! Oh nein! Jetzt bist du dran, Hordak! Nein, nein, tu das nicht! Nichts wie weg hier! Nein, nein! Wir erreichen gleich den äußeren Weltraum! Wo ist dein Freund, der uns ans Ziel bringen soll, Swiftwind? Ich werde ihn rufen, Shira! Sundancer! Crystal Sundancer! Hier ist Swiftwind! Bitte komm schnell her! Ich brauche deine Hilfe! Ich bin gleich bei dir, Swiftwind! Ich bin gleich bei dir, Swiftwind!